Und die sind gefolgt von Konstantin Futscher, von Christopher Robin Stahl, Alexander Ross, Friederike, du hast es gleich geschafft, Maike Funke, Aris Menz, Thomas Baum, ihr Lieben lasst euch feiern, ihr habt es euch verdient, Papa wartet alle Kinder, das ist der Hamburg Wasser Triathlon 2022, eine Jubiläumsausgabe, denn es ist das 20. Mal, dass wir den Triathlon hier in Hamburg in der Handelsbach erleben. Dann in die nächsten, wir sagen willkommen auf dem blauen Tempel, Knut Fese, René Eikeler, Ursula, Sebastian Trinks und Dirk Schappert. Hier sein Helden. Jakob Lewandowski. Das ist hier, der bekannte Bruder, Tom Wiegener. Von den USA, Michael Kremlaczek. In der Spanien, Esteban Marquez. Auch mit dabei, Holger Oehl und Frank Hennersdorf. Finisher. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der kommende deutsche Meister aus Dortmund und das ist ein Traditionszykot, muss man auch mal sagen. Damit wurden wir einst nicht nur Meister, sondern Europapungalsieger. Und wir haben das eine Schild zum Klar euch allen mitgegeben, die Botschaft, Smile und seid stolz auf euch. Ihr Leipiger. Willkommen vom Stream, Man in Person. Und wenn ihr lebt, tonight the night is coming. The sun needs to come, but I can't be cold. Get up to the vision. Get up to the vision. Und wir haben die Party erst gestartet, 11.30 Uhr ist es gleich. Der Zielschluss ist so. 14.15 Uhr. Um 14 Uhr geht es dann los mit Mixed Relay, also mit der großen Staffel. Die Nationen treten an gegeneinander. Ihr habt sicher das vielleicht schon gesehen in der Sprintdistanz. hier in Hamburg. Und das ist ein riesiges Spektakel hier auf dem Wahlerusmarkt. Das bewegt sich alles innerhalb von wenigen Quadratkilometern. Und so, Frommburg spielt auf die Staffel. Jetzt sind hier die großen Eifelstarter da. Von den Triabolos und aus der ganzen Welt. 53 Nationen insgesamt. Sie alle feiern hier in Hamburg die große Triathlon-Party. Und ihr seid die Nächsten, die mit der Sonne auf die Wende streiten können. Herzlichen Glückwunsch und super gemacht. Vielen Dank. Wir haben die letzten Meter ins Ziel. Janik Meier, Kabel Pinder, jetzt ist dein Siegerlächeln gefragt. Denn wir haben ein Foto für dich. Das ist, worum du hier geht, ein schönes Zielfoto. Ich sag dir auch immer, man sollte vorher, gerade wenn man angereist ist, im Hotelzimmer noch mal selbst, Was ist dein Look? Ja, so mit Brustbehaarung bist du der Typ drei Haare raus oder zumachen. Was ist denn in Sonnenbrille? So, it's never too dark to be cool. Oder doch das ganze Gesicht sehen, das muss man vorher wissen. Alles durch Foto. Das ist, darum geht's. Danke, Schmitz-Elmenich. Fabien Tuffier. De France. Vive la France. Wir gratulieren. Aus zwei euch allen zum erfolgreichen Tag hier beim größten Theathlon der Welt. Klapp 8000 Einzelstarterinnen und Einzelstarter. Und nachher noch die schlechtsten Triathleten der Welt. Die erleben wir, wie erwähnt, am 15 Uhr. Dann startet die große Show bei der Mixed Relay. Das ist wirklich Theathlon-Action in Rheinkultur. Das war also die Formel 1 des Triathlons. Und wir freuen uns auf ein richtig schönes Nachmittagsspektakel hier mit euch. Die Tribüten sind geöffnet for free. Und von 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 Hamburg. Was der Spaß gewinnt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Thank you.